So, weiter geht's mit Mass Effect. Wir sollen zum Popper und wir haben ein paar Erfahrungspunkte. Ich kann mal ganz kurz schauen hier in die Fähigkeiten. Also es gibt die drei Grundfähigkeiten, in die man seine Fähigkeitenpunkte reinbauen kann und dann kann man hier auch bei den Begleitern noch die Level-Ups verteilen. Ich habe jetzt drei Punkte und ich würde mal sagen, ich mache jetzt erstmal so ein paar, ja, Grundlagengeschichten, nämlich hier Sturmgewehre benutze ich einfach gerne. Da packe ich jetzt ein bisschen Punkte rein und alle diese Fähigkeiten, die man hier sieht, die kann man dann noch weiter upgraden und die bringen dann verschiedene Boni und hier hinten muss man sich dann entscheiden, ab bestimmten Rängen. Aber jetzt hier für den Anfang reicht erstmal sowas und dann nehmen wir noch Präzision dazu. Zack und schon können wir gar nicht mehr ausgeben. Ist aber jetzt erstmal für den Anfang auch okay. Ja, möchte ich gerne so machen und Cora, Cora bekommt, was machen wir dann für sie? Geben wir ihr doch mal eine zweite Fähigkeit. Innova-Angriff. Dann kann sie den automatisch einsetzen. Und den, was machen wir noch? Asari-Elite-Einheit verbessert die Angriffsfähigkeiten von Cora, indem ihre Asari-Elite-Ausbildung vertieft wird. Ja, das machen wir einfach mal als Passivfähigkeit noch mit drauf. Möchten wir so haben. Und Liam, den Kollegen, dem geben wir den Chaos-Angriff. Zack, hat er nämlich auch einen Spezial-Angriff. Und mehr kann er da eh nicht ausgeben. Und dann machen wir jetzt hier noch so eine militärische Ausbildung hoch. Dann passt das auch. Und schon sind wir damit fertig. Wir haben hier oben noch nicht alle Sachen freigeschaltet. Nämlich das Inventar noch nicht. Und hier hinten kommen dann noch die Spezialisierung oder so heißt das. Aber das ist ein Lied für eine andere Folge. Und natürlich gibt es wieder den Codex. Und ich habe die Multiplayer-App noch nicht runtergeladen. Aber ich hoffe, dass dieser Codex da irgendwie mit drin ist. Oder dass irgendwie eine App kommt, dass man sich den Codex unterwegs anschauen kann. Weil das wäre ja immer das Sinnvollste, was es irgendwie in der App gäbe. Sich den Codex unterwegs anschauen. Um sich die ganzen Sachen auf dem Handy irgendwie durchzulesen. Ich finde das in Spielen am Monitor auf jeden Fall total nervig. Irgendwie lange Texte oder so zu lesen, total doof. Aber wenn ich mir das auf dem Handy einfach unterwegs durchlesen kann, finde ich es super. Fantastisch. Also. Alec ist der Vater. Cora kennen wir ja schon. Das ist Liam. Dr. Alan Ryder. Ah, okay. Sie war die Mutter. Sie ist Storm. Hier können wir uns ja mal in Ruhe nochmal angucken. The Initiative. Hier gibt es auch noch jede Menge Krimpe. Was ein bisschen schade ist, bei Mass Effect 1 war das ja noch so, dass ein Teil, also die Hauptinformationen, die waren ja noch vertont. Die wurden dann vorgelesen. Und das war auch ein super Sprecher gewesen damals. Das hat mir richtig gut gefallen. Das haben sie jetzt diesmal nicht gemacht. Bisschen schade, aber das ist doch wirklich, das ist doch was, was man sich in einem Codex nochmal durchlesen will, oder? Also nicht in einem Codex, also in einer Mobile App. Naja. Ich gucke mir das alles irgendwann mal ein bisschen in den Pausen in Ruhe an. Oder vielleicht mache ich zwischendurch mal so eine Vorlesfolge, ein bisschen zum Codex. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Aber ich kann hier nichts weiter scannen. Sehr merkwürdig. Naja. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. ARD Text im Auftrag von Funk Die Tower ist in der Feedback-Loop mit der Cloud. Die Tower ist ein Grund. Die Erde ist ein Grund. Sie müssen die Erde ausbrechen. Das ist ein Grund. Sie müssen die Erde ausbrechen. Das ist ein guter Bezug. Und ich glaube, wenn wir da in der Tür kommen und die Tower zu verhören... Die Leuchten wird weg. Und die Flugzeuge können uns aus diesem Ort rauskommen. In theory. Wir müssen nur nach dem. Das ist ein verdammt ein Verzweck. Aber wir wissen nicht bis wir da in der Tür zu kommen. No illusions about this. It'll be a nasty fight the whole way. If Sarah's game, so am I. But we risk turning a skirmish with these guys into something worse. It's them or us. Oh, it's them. Problem is, we're outnumbered. I've been working on that. We just need to change the math. Oh, it's them or us. Thank you. Push your head to the structure. Sam, load combat profile. Here they come! Now we've got their attention. Watch the lightning! Get into that building! We don't want to get bogged down out here. Ich wollte doch nur mal schauen, ob man da irgendwas machen kann. This one's south in a hurry! Go, 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 go! Ja, nicht erwischt. Erwischt. They're coming out of the woodwork. Wow. Okay, Papa räumt ordentlich auf. So, kann ich jetzt hier nochmal was scannen? Leute. Sarah, get moving! Ja, geht doch. Wo habe ich denn mein Team? Ich kann hier echt nichts machen von der Seite. Naja, vielleicht kann man nicht alles clearn. Ach, ich wollte doch aufräumen. Das ist wahrscheinlich eh das falsche Spiel dafür. Okay. Wow. Na, guck nochmal raus Ich glaub, der Papa kümmert sich Also die Dinger hier sind Gesundheitsboxen und die anderen sind Munition Und sie sind scheinbar doch begrenzt, okay Oder sie müssen erst wieder aufladen Es hat total was von Warframe, das Design Oh geil, der hat ihn rübergeschleudert Hallo? Wer ist hier die Maschine? Ist schon überall noch Zeug Ne, doch, hier Behälter Aber wir müssen ein bisschen lernen, darauf zu achten Was davon jetzt Interaktionsobjekte sind Aber die sind immer so Leicht bläulichen Streifen Muster überzogen Ah, das ist ja lustig Wenn man den Greer nicht gerettet hat Dann liegt der hier und wird hier Seziert Sam Give me engineer profile Come on, on me Go, where are you getting these profiles? Geil Uh, versteinert Beziehungsweise Kryo Ähm, also Eingefroren So, und jetzt haben wir hier wieder Die Steuerung der Collision Das heißt, eine Figur stelle ich da hin Die linke Und der Liam Die Cora ist rechts Und der Liam soll jetzt mal hier vorne hin Zack Genau, jetzt sieht man auch, dass die im Verteidigungsmodus sind We held them off at the shuttle We can do it again A lot of people still counting on us I'm just getting warmed up They mean business Keep them off your dad Ryder, don't go Analyzing possible inputs 25% decrypted Hurry We don't have long Hold both sides Can't let them slip through Shit Okay, schauen wir auf der anderen Seite Sollen die sich mal vortrauen I don't know, but they sure want it back Well 50% decrypted It's an unusually complicated syntax I can see that Try a recursive search I will need a moment to evaluate the pattern Schauen wir doch mal, ob wir hier Oh, ist hier was hinter mir Ob wir nicht hier was haben Brandmunition I think I really pissed that one off Maybe because I shot him in the face Das mit der Brandmunition Ist aber cool Die hält uns auch ganz gut nach They're falling back Could be regrouping for another push Stay sharp Decryption complete That did it It's a security override I'll try to open the door from here Ah, damn It's jammed I need to take a look at it Sarah, I need your help over here Go, it's okay We'll keep a look out Put your back into it You really think we can shut this thing down? I don't know yet Sam's decoded part of the language Now we'll see if I can have a conversation Who do you plan on talking to? More like what? I think it's automated Come on These are the moments that make it all worthwhile Sam, begin translating A moment Indexing Translation complete Let's see what we have I'll be damned It's working We did it There's hope at least That's all anyone back on the Ark is looking for Hope It'll work out Well, not if we stand around looking at sunsets Let's get back to the shuttle Repeat We need an emergency extraction now. They're spinning up the shuttle. PTA is three, maybe four minutes. We don't have that long. Dish, breath. What are you... Initiating transfer. Dish, breath. 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 Move! She's going into Pontiac arrest. Es ist ein Seizure. Es ist ein Seizure. Geht es ein Seizure. Sam, was ist die Reine? Riders Implant ist überladen. Ich wünsche eine Hardware Connection. Das ist ein Seizure. Da! Das ist ein Seizure. Willkommen zurück, Zara. Was ist passiert? Das ist ein Seizure. Du warst für 22 Sekunden. Der Rest der Team macht es? Hey, ihr seid mit uns? Guys, geht zu Samnode. Riders awake. Wer bist du? Sam. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht gehört. Du bist auf. Hier. 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 Mein Vater. Wo? Es war dein Leben für ihn. Und er hat dich entschieden. Ich bin so sorry, Zara. Ich weiß, das muss ein Blut sein. Ich... Ich kann nicht glauben, er ist weg. Eine Minute, alles war gut. Und dann... Er... Ich weiß, er könnte sein, aber er sagte, dass er, wenn er Zeit kam, er wollte, nach den Stars niemand gesehen hat. Was machen wir in Samnode? Sam ist jetzt ein Teil von dir. In einer Weise, wir nicht entstanden verstehen. Es machte mit deinem Gehirn. Sam? Ihr Vater verletzt die Transfer von Pathfinder Authority zu dir. Das ist nicht Korra? In Wahrheit. In Wahrheit. Du bist die neue Pathfinder, Zara. Du kannst nicht ernst sein. Was ist das? Ich denke, du bist für das. Du sah mein Vater in Bewegung. Es dauert lange, um ein Pathfinder zu werden. Du wirst, wie du gehen kannst. Du wirst, wie du gehen kannst. Du wirst nicht alleine machen. Es ist alles akademisch. Sam ist mit deinem Gehirn. Du wirst, wie du gehen kannst. Du wirst, wie du gehen kannst. Du wirst, wie du schaden kannst. Du wirst. Oh, I checked on your brother. Still no change. But if you can pull through, so can he. A bit of your dad in both of you. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private channel. I shared it with him. He never mentioned anything about that. It allowed me to know him better. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens are resolved. He'd insist we grow stronger from his passing. So eine große Überraschung war das jetzt nicht, dass der Vater stirbt. Terutsal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.